Stellen Sie sich als Unternehmer doch einmal vor, vollkommen unabhängig von Ihrer Bank zu sein. Sie wären flexibler, freier in Ihren Entscheidungen und krisensicherer. Gründen Sie deshalb doch Ihre eigene Bank, Ihre Bank in Ihrem Unternehmen. Die Einlagen wären Mitarbeiter-Sparbücher und mit Ihnen finanzieren Sie Ihr Unternehmen. Das gibt es nicht, sagen Sie? Doch, denn genau so funktioniert ein altes traditionelles Instrument aus der betrieblichen Altersvorsorge, die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Sie ist zwar keine Bank im rechtlichen Sinne, aber in der betriebswirtschaftlichen Wirkung ganz ähnlich. Dazu einfach und effektiv. Und so funktioniert sie. Zum Vorteil für die Belegschaft und zum Vorteil des Unternehmens. Die Mitarbeiter wandeln einen Teil ihres Lohns oder Gehalts zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung um. Das Unternehmen legt noch seinen Arbeitgeberanteil hinzu. Anstatt diese Beiträge Monat für Monat für das Unternehmen unwiederbringlich an eine Versicherung abzuführen, die meist nicht einmal den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren kann, belässt der Arbeitgeber diese Liquidität langfristig im Unternehmen. Zur freien Verfügung. Dem Arbeitnehmer werden seine Beiträge sowie die Arbeitgeberzuschüsse Monat für Monat auf seinem Mitarbeitersparbuch gutgeschrieben. Beides verzinst sich vom ersten Euro an, ohne die bei Versicherungen bekannten Kosten. Das Sparbuch wächst und wächst bis zum Rentenbeginn. Diese Arbeitgeberzuschüsse aufzubringen ist leicht möglich, denn auch sie bleiben im Unternehmen. Dort generieren sie zunächst Steuervorteile. Und weil der Unternehmer all diese Gelder im Betrieb arbeiten lässt, erwirtschaften sie außerdem Gewinne. Beispielsweise finanziert der Arbeitgeber damit Maschinen oder den Fuhrpark, so als hätte er dafür einen Kredit aufgenommen. Oder er löst seinen teuren Kontokorrentkredit bei seiner Hausbank auf. Er investiert stattdessen in Wachstum oder bildet Liquiditätsreserven durch sichere Anlagen am Kapitalmarkt. Wie bei einem Bankkredit weiß das Unternehmen zu jeder Zeit, wann die Mitarbeitersparbücher zur Auszahlung fällig werden. Zum fest vereinbarten Renteneintritt. Und die Arbeitnehmer bekommen Monat für Monat ihr wachsendes Guthaben auf ihrem Sparkonto zu sehen. Wenn sie mögen, bekommen sie auch über ihr Smartphone den Stand ihrer Altersvorsorge mitgeteilt. Die Ansprüche aus diesem Modell der betrieblichen Altersvorsorge sind im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers durch den Pensionssicherungsverein gesetzlich geschützt. Der beste Schutz, der für Arbeitnehmer denkbar ist. Übrigens, dieses Konzept funktioniert genauso gut, wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden eine fällige Lohnerhöhung nicht auszahlt, sondern diese in gleicher Höhe dem jeweiligen Mitarbeitersparbuch gut schreibt.